Ich fühle mich, als wäre ich drei Tage lang mit einer ältesten Familie auf Wanderschaft gewesen. Hast du vielleicht Lust, hier beim Jugendcamp in Stimmfelde das Essen für die Kinder zu bezahlen? Ja, das mache ich ja gerne bei den paar Kindern, das kann ich ja wohl machen. Und dann haben sie mir gesagt, wie viele Kinder hier heute herkommen. Rene! Wo bleibst du? Wir warten hier auf dich! Ja, fuck, keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwie über die Fahrradroute am Deich lang und dann, weil sie auch nicht erst mal längst lang war. Wollen wir los? Wollen wir los? Ich muss auch gleich. Was mir aufgefallen ist, der Hund, ne, mit dem Poli übers Auge, der dieselbe Frisur wie ich mit 16 zu meiner besten Emo-Zeit. Also bisher haben wir zwei Hunde gesehen und ungefähr sechs Katzen. Ich überlege gerade irgendeinen Disney-Film mit Katzen und Hunden. Das Musical Cats, genau, das wurde hier gedreht in Mittlingenmark. Hallo! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!